Willkommen zu einem weiteren Wochenrückblick! Bäh! Leute, es ist gerade was so unglaubliches... Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Oh mein Gott! Was ist das? Das ist dieses nachträgliche Weihnachtswunder! Ohne Scheiße, ich hab mich gerade hingesetzt und wollte anfangen zu drehen. Und zwar dieses Video, das ich mich selber google, das eigentlich in eineinhalb Stunden rauskommen sollte. Aber ich hab dafür meinen Computer angemacht, also meinen Laptop. Und plötzlich ist mein Computer von meiner kaputten Festplatte aus gestartet. Oh mein Gott! Und jetzt sichere ich irgendwie alle Daten und mache 1300 Backups, bevor die einfach wieder abraucht. Ich bin so glücklich, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich bin. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, letzte Woche in dem Vlog. Das war Drama hoch 10. Und in 11 Minuten ist alles gesichert. Alles! Und da sagt noch mal einer, dass ich nicht wüsste, wie man ein richtig guter Backer ist. Jetzt habe ich mir nämlich einen Tassenkuchen gemacht. Da spielt es auch absolut keine Rolle, dass ich selbst dafür eine Backmischung brauche. Ich habe also tatsächlich alle meine Daten auf eine Backupplatte machen können und habe dann meine neue Festplatte eingebaut und alles ist gut. Es gibt doch noch Happy Ends auf der Welt. Als nächstes kommt der Silvester-Tag, den ich tagsüber mit Chillen verbracht habe, mit der Verena. Und wir eben Sachen gemacht haben, die Freundinnen so machen mit 21. Was steht da? A-E-Sperre, was heißt das? Was steht da? Warum steht das da? Egal. Tja, wir hatten Spaß. Und dann haben wir uns zusammen fertig gemacht für den Silvesterabend. Und hier ist er, meine Damen und Herren. Woohoo! 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 You led me to pieces, yeah, I need it. One, you're panem Tatierabend! Life is so easy! Woohoo! Whyhoo! You led me to pieces, yeah, I need it. One, you're panem Tatierabend! Woohoo! 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 Boo! Ish! Woohoo! prophets! Was ist hier los? Ich verstehe es nicht. Das Wetter ist so komisch heute, so bunt und explosiv. Was ist hier los? Und jetzt folgt, glaube ich, einer der verpeiltesten Clips, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Das Beste ist, die Frage ist, es ist schon zwölf und was einfach alles drumrum passiert und crazy. Ich habe zwei. Hallo Leute, ihr dreht euch mal zum Video. Es dauert schon 0 Uhr. Keine Handball. Keine Handball. Ja, ist schon 0 Uhr. Ja, zückt mich doch ran, Kelly. Crazy bitch. Oh, auf 205! Auf 205! Yay! Und jetzt lassen wir die Musik noch auslaufen. Wunderschön. Tschüss! Tschüss! Ah!